Glaubst du, dass wir es schaffen werden, dieses Einfamilienhaus innerhalb der wenigen nächsten Wochen komplett umzubauen? In das Haus soll unten ein Apartment 1 und oben ein Apartment 2 rein. In diesem Video siehst du den Beginn der Umbauarbeiten. Ich zeig dir auch den 360-Grad-Scan, den ich von dem Haus gemacht habe, bevor die Bauarbeiten begonnen haben. All das in diesem Video. Let's get into it! Der Lukas Schauer, auf meinem Kanal, hier nehme ich dich mit in meine Immobilienprojekte hier vor Ort in Philadelphia in den USA. Du siehst, wie ich hier in eigene Häuser investiere. Außerdem zeige ich dir aber auch, wie ich Immobilien für andere Investoren finde, die den Immobilienmarkt und natürlich auch die Renditen hier in den USA zu schätzen wissen. Das Haus, um das es heute geht, wurde vor über einem Jahr als Einfamilienhaus von einem privaten Verkäufer damals gekauft. Ursprünglich war das Haus ein Dreifamilienhaus, also als Dreifamilienhaus war es gezoned. Was bedeutet, dass es steuerlich und rechtlich auch erlaubt war, drei separate Einheiten in diesem Haus auch zu vermieten. Der private Verkäufer war aber ein Sparfuchs. Ein Dreifamilienhaus hätte ihm höhere Steuern und natürlich auch höhere Fixkosten, zum Beispiel für Stromzähler und so weiter, beschert. Und um diesen Kosten zu entgehen, ließ er dieses Einfamilienhaus nun einfach umwidmen. Also das Dreifamilienhaus in ein Einfamilienhaus umwidmen. Nichtsdestotrotz vermietete er drei Wohnungen in diesem Haus separat auf eigene Rechnung. Jede Etage hatte eine eigene Küche und Badezimmer. Und dass auch jede Etage vorher einen eigenen Stromzähler hatte, das erkennt man gut im Keller am Zählerschrank. Seine Herangehensweise hat aber einen Haken. Wenn zum Beispiel mal ein Mieter nicht zahlt, dann bekommt man diesen Mieter auf legalem Wege aus diesem Haus nicht raus. Das heißt, du kannst ihn vor Gericht nicht rausklagen. Deine Klage wird sofort abgewiesen, weil du keine Rental License bekommen würdest für dieses Objekt. Also das Fortsetzen seiner Sparmethode fällt für uns natürlich aus. Jetzt haben wir hier vor uns aber ein sehr, sehr großes Einfamilienhaus. Was tun? Ein so großes Einfamilienhaus ist jedoch schwer zu vermieten. Hier müsste man jetzt einen Mieter finden, der eine hohe Miete für dieses gesamte Haus zahlen kann. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn du einen Mieter hast, der dieses ganze Haus mieten kann, warum kauft der das nicht auch? In Philadelphia ist der Abstand zwischen Kaufen und Mieten eben nicht so groß. Das heißt, die Zielgruppe für genau so ein großes Einfamilienhaus, die ist verdammt klein. Und genau aus dem Grund musste jetzt hier ein Rezoning stattfinden, damit das Haus wieder in kleinere Einheiten unterteilt und auch separat legal vermietet werden kann. Dieser Umwidmungsprozess, der kann unter Umständen auch sehr langwierig und teuer sein, weil man vielleicht Anwälte bezahlen muss. Aber in unserem Fall hier klappte das relativ schnell. Wenn du jetzt Interesse daran hast, den Rezoning-Prozess, also dieses Umwidmen von Ein- und Mehrfamilienhäusern, im Detail zu sehen, dann schreibst du mir am besten mal Zone als Kommentar unter das Video. Ach ja, und wenn du schon da unten bist, den Like nicht vergessen, das Abo, falls du es noch nicht gemacht hast. Danke. Schauen wir uns das Haus als 360-Grad-Scan mal komplett an. Der Scan zeigt das Haus so, wie es letztes Jahr vor dem Einzug der Mieter ausgeschaut hat. Hier haben wir jetzt das gesamte Objekt. Alle Etagen wurden als 360-Grad-Scan aufgenommen, sogar der Keller. Also wir können uns das ganze Objekt mal hier als Dollhaus anschauen. So sieht das Haus als 3D-Scanner aus. Also hier unten haben wir den Keller, hier haben wir das Erdgeschoss oder erste Etage, erste oder zweite Etage und das Obergeschoss. Aufgebaut war das Haus so, dass jede dieser Etagen eine eigene Wohnung war. Jede Etage hat eine eigene Küche und ein eigenes Badezimmer. Wie gesagt, das Haus ist jetzt als Einfamilienhaus in diesem Zustand genutzt worden bzw. untervermietet und es wird jetzt aufgeteilt. Und zwar folgendermaßen. Die untere Etage hier, das Erdgeschoss, wird ein Apartment werden und dann wird hier im Treppenhaus abgeschlossen werden und dann geht es hier oben in das obere Apartment. Also Apartment 2 ist oben und Apartment 1 ist unten. Apartment 1 wird zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Küche bekommen. Apartment 2 wird auch eine Küche haben, aber zwei Badezimmer und vier Schlafzimmer. Das heißt, die beiden oberen Etagen sind ein Apartment und unten ist ein Apartment. Lange Rede, kurzer Sinn, dann gehen wir mal rein und schauen uns das hier an. Das ist Apartment 1 bzw. das Erdgeschoss. Und hier sind wir schon im Wohnzimmer. Also das hier unten ist ein Schlafzimmer, ist aktuell noch das Wohnzimmer. Das wird das Schlafzimmer vom Apartment 1 werden. Wenn wir uns den Eingangsbereich jetzt hier anschauen, hier wird abgetrennt, da geht es dann rechts nach oben in das Apartment 2 und hier unten geht es ins Apartment 1. Das hast du hier schon gesehen, das ist das Wohnzimmer. Das ist hier hinten jetzt noch die Waschküche gewesen. Das wird dann das zukünftige Badezimmer werden. Dann geht man hier auf den Gang. Das Badezimmer hier gibt es dann in der Form nicht mehr hier, sondern das bleibt dann rausgesucht. Das wird dann hier drüben hinkommen und dieser Raum hier, der jetzt noch ein Schlafzimmer ist, also das ist das ursprüngliche Schlafzimmer 2 von diesem unteren Apartment, der wird Wohnzimmer und hier hinten kommt eine Küche an die Wand. Also aktuell ist es ein Durchgangszimmer, was eigentlich nicht praktisch ist. Deswegen wird das hier das Wohnzimmer und die Küche und hier hinten, wo jetzt die alte Küche noch ist, da kommt dann das zweite Schlafzimmer für das untere Apartment rein. Sodass man halt nicht immer durch das andere Schlafzimmer durchgehen muss, um in die Küche zu kommen. Hier hinten, da ist dann noch Waschmaschine, Trockner für das untere Apartment. Da bleiben die Anschlüsse, beziehungsweise das, doch das kommt hier hinten rein. Waschmaschine, Trockner kommt hinten rein. Das hier wird ein Schlafzimmer. Das hier in der Mitte wird jetzt dann die Küche und Wohnzimmer. Das heißt, die Wand hier kommt weg. Das Ganze wird ein bisschen offener, ein bisschen größer. Wirkt auch alles größer, weil die Decken hier ziemlich krass abgehängt sind. Anyways, was können wir uns noch angucken? Wenn wir schon hier unten sind, können wir auch mal in den Keller gehen. Hier im Keller, da gibt es jetzt nicht viel zu sehen, außer hier waren mal drei Stromzähler drin. Das heißt, das Haus war gezoned, also ein drei Apartmenthaus. Du hast drei Stromzähler, drei unterschiedliche Stromkästen, sodass das alles schon separiert war, aber dann irgendwie rechtlich zusammengelegt wurde. Was haben wir noch? Wir haben jetzt hier unten ein altes Heizungssystem. Das ist auch eine Herausforderung. Du hast oben in dem Apartment 1 gesehen, dass da so alte Radiatorheizungen an der Wand sind. Das sind genau die, die mit diesem einen Kreislauf hier gefüttert werden. Das heißt, beide Apartments hätten aktuell mit den Radiatorheizungen nur ein Heizsystem, was man vom Gas her nicht unterteilen kann, was man dann von den Verbräuchen her nicht unterteilen kann. Also das muss auch geändert werden. Ebenfalls siehst du hier unten einen Waterheater. Der Wasserheizer hier unten, der ist natürlich für beide Apartments aktuell noch, ja, der versorgt das gesamte Haus aktuell. Ein Wasserheizer, ein Heizkreislauf, das muss natürlich getrennt werden, ganz klar. Der Rest sieht hier unten eigentlich schön trocken aus. Gehen wir nach oben und schauen uns die anderen Apartments einfach mal an. Hier sind wir jetzt wieder im Eingangsbereich und gehen hier einfach mal die Treppe hoch. Und hier würden wir jetzt ins Apartment 2 kommen. Aktuell ist es so aufgeteilt, dass man hier ein Schlafzimmer hat, hier hinten ein Schlafzimmer hat, hier ein Badezimmer hat. Das sieht so aus. Und hier drüben war Wohnzimmer bzw. Esszimmer. Das ist so ein Spiegeltanzsaal, was auch immer. Da hast du noch diese Spiegelwände. Aber hier oben siehst du auch, dass die Decken ziemlich krass abgehängt sind. Die Raumhöhe ist viel, viel höher als das, was du hier gerade siehst. Dann ist hier aktuell noch hinten eine Miniküche drin. Naja, eigentlich so mini ist sie nicht, aber hier hinten ist die Küche. Und hier vorne der Ballsaal, das Badezimmer rechts. Dann hast du hier ein Schlafzimmer, das kleine Schlafzimmer, also Schlafzimmer 1. Hier hast du noch so ein großes Schlafzimmer, wo du auch wieder diese schönen eingebauten Schränke hast. Das ist so eine Holzverteflung. Aber du hast hier diese Kleiderschränke, die alten, die sind eingebaut. Sieht eigentlich ganz schön aus, wenn sie hergerichtet sind. Aber auch hier wieder, was ich gerade meinte, siehst du die Radiatorreizung. Also das ist ein Heizkreislauf. Hier siehst du die Steigleitungen. Das muss alles raus und alles geändert werden. Gehen wir nach oben. Das heißt, das ist dann die zweite Etage von dem Apartment 2. Was du jetzt hier gerade hinsiehst, ist die alte Küche. Also so sah die Küche aus. Pro Forma Küche oder wie man es auch nennen möchte. Das kommt natürlich weg. Hier kommt jetzt ein Badezimmer hin. Das Badezimmer für diese Etage hier ist genau hinter dieser Wand. Wenn wir uns das hier anschauen, das ist das alte Badezimmer. Der Teil hier wird abgetrennt. Das wird auch das neue Badezimmer da hinten werden. Und genau, hier in dem Schlafzimmer 1, 2, 3 sind wir jetzt. Das wird auch wieder Schlafzimmer 3. Und hier kommt dann auch Schlafzimmer Nummer 4 rein. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Wenn wir uns jetzt hier das Ganze nochmal als Dollhouse anschauen, gibt das doch einen Eindruck, was das für ein Riesenprojekt ist. Also, da geht schon was. Wie ich solche 360-Grad-Scans und Haustouren selbst erstelle, das siehst du in dem Video, was ich dir jetzt hier oben einblende. Da habe ich eine Maisonet-Wohnung genauso als 360-Grad-Scan aufgenommen und es hat keine 10 Minuten gedauert. Also, einfach mal das Video anklicken. Kommen wir zum Stand heute. Die Renovierungsarbeiten haben natürlich bereits begonnen. Das Haus wird nun komplett umgebaut und zwei Apartments werden da auch eingebaut. Hinter den Wänden hier in Philadelphia verbirgt sich leider noch sehr oft die sogenannte Knob-and-Tube-Verkabelung. Das ist eine alte Art und Weise, wie hier damals die Kabel gezogen werden. Da gibt es solche Keramik-Tubes und da gehen dann die Stromleitungen durch und die sind befestigt an solchen Knob-s. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese alte Verkabelung ist leider sehr oft eine Brandursache und somit auch nicht mehr von den aktuellen Versicherungen gedeckt. Das heißt, wenn du eine neue Versicherung für dieses Objekt abschließen möchtest und die Versicherung mitbekommt, dass da ein Knob-and-Tube drin ist, steigen entweder die Preise oder du kriegst sie gar nicht mehr. Das heißt, die komplette Verkabelung muss raus, ausgetauscht werden und durch neu ersetzt werden. Und da sind die Elektriker schon bei der Arbeit und haben ganz oben im Haus angefangen, die Kabel rauszuziehen und neue zu verlegen. Aber schauen wir uns das Geschehen einfach mal vor Ort an. Rechts nach oben geht es ins neue Apartment 2 und hier unten gehen wir mal durchs Apartment 1. Das hier ist das alte Schlafzimmer, was das neue Wohnzimmer bzw. Wohnküche wird. Hier an die Wand kommt eine Küche. Hinten, wo die alte Küche war, da kommt ein Schlafzimmer rein. Hier siehst du rechterhand schon den Schrank. Das wird ein Kleiderschrank für dieses Schlafzimmer. Und die Steigleitungen sind alle versteckt bzw. Stromleitungen kommen da auch noch rein. Hier hinter dem Schlafzimmer unten ist dann der Laundry Room, also Waschmaschine, Trockner. Da kommen die Anschlüsse hin und hinten ist noch ein Ausgang zum Raustritt. Hier siehst du die einsame alte Toilette von diesem Apartment 1 hier unten. Die wird ein bisschen versetzt und kommt genau hier jetzt rechterhand rein, wo die Waschmaschinen sind. Das heißt, das hier, wo wir jetzt hier reingehen, das wird das neue Badezimmer für das untere Apartment. Und hier gehen wir in das Schlafzimmer. Diese Tür gibt es dann auch nicht mehr. Also das ist Schlafzimmer 1 hier unten. Da stehen schon die Drywalls, also die Trockenwände. Das sind die Stuts für die Elektriker vorbereitet. Und hier kommt auch noch ein Kleiderschrank rein, damit jedes Schlafzimmer per Definition seinen eigenen Kleiderschrank hat. Also hier werden gerade die Kabel verlegt, die Elektrik wird neu verlegt und deswegen sind die Stuts noch alle offen. Das hier ist die Schlafzimmertür und hier ist dann die zukünftige Apartment-Tür. Da gehen wir mal nach oben ins Apartment 2. Hier haben wir jetzt linkerhand so ein Utility-Closset. Da kommt der Wasserheizer für das Apartment rein. Das wird alles separiert. Da oben siehst du schon die Stromleitungen, wie sie verlegt sind. Dann haben wir hier das Badezimmer. Das bleibt prinzipiell da, wo es auch vorher schon war. Der Zugang hier hinten zu dem Schlafzimmer 1 vom Apartment 2, der wird noch zugemacht. Gehen wir mal ins Schlafzimmer rein. Hier siehst du schon, dass die Wände geschlitzt sind. Also das ist schon die Arbeit vom Elektriker. Und hier oben siehst du auch schon, da sind schon die Kabelstränge gelegt. Genau hier oben hinter dieser Wand hier, da kommt der Verteilerkasten für das Apartment 2 rein. Auch hier siehst du alles geschlitzt. Die Wände sind geschlitzt. Da kommen überall die Leitungen hin für die Steckdosen. Der schöne alte Schrank. Und da ist der Kabelsalat. Gehen wir mal nach ganz oben. Hier oben ist jetzt nur noch ein Badezimmer. Und zwei Schlafzimmer. Das sieht dann so aus. Schlafzimmer 1, Schlafzimmer 2. Und hier siehst du auch schon, dass die ehemalige Küche gar nicht mehr da ist. Das hier wird das neue Badezimmer für dieses obere Apartment. Das kommt hier hinten in die Ecke, wo ein Teil von dem alten Badezimmer schon war. Und die ganze Küche hier oben, die wurde entfernt. Das war diese Mini-Küche. Also irgendwie so eine Alibi-Küche, würde ich sagen. Dann haben wir hier das Schlafzimmer Nummer 3 für das obere Apartment. Und da siehst du auch schon die ganzen Löcher in der Wand. Schweizer Käse. Das ist eben das Entfernen von dieser alten Verkabelung. Und hier sind wir im Schlafzimmer Nummer 4 von dem oberen Apartment. Das Ziel für dieses Objekt ist, noch in diesem Jahr zur Mietsaison beide Wohnungen auf den Markt zu bekommen. Es muss also noch in diesem Sommer 2023 fertig werden. Drück die Daumen. Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.